Demba Bar von West Ham United hat seinen Ex-Club 1899 Hoffenheim scharf kritisiert, insbesondere Manager Ernst Tanner. Herr Tanner hat mein Image in der Bundesliga kaputt gemacht. Ich höre nur noch diese Worte, Demba, der will nur Geld. Die Wahrheit ist, dass ich woanders viel mehr Geld verdienen könnte, sagte Bar in einem Interview mit der Sportbild. Vielen Dank dafür an Ernst Tanner. Er hat nie die Wahrheit in der Öffentlichkeit gesagt, so Bar. Der FC Bayern bekommt offenbar namhafte Konkurrenz im Poker um Schalke-Torhüter Manuel Neuer. Wie Klubboss Clemens Tönnies gegenüber der BILD bestätigte, ist bereits ein internationaler Berater an die Gelsenkirchen herangetreten, um sie über das Interesse von Manchester United an Neuer zu informieren. Tönnies signalisierte zudem Gesprächsbereitschaft. Bei einer schriftlichen Anfrage aus Manchester werden wir uns damit befassen, so Tönnies. Der Hamburger SV hat offenbar einen Nachfolger für Trainer Armin Fee im Visier. Wie das Hamburger Abendblatt meldet, soll Ex-Hoffenheim-Trainer Ralf Rangnick ganz oben auf der Wunschliste der Hanseaten stehen. Der HSV soll den 52-Jährigen bereits offiziell über das Interesse informiert haben. Zudem will der Hamburger Aufsichtsrat noch im März über die Zukunft von Vorstandsboss Bernd Hoffmann entscheiden. Hoffmann benötigt für eine Vertragsverlängerung eine Zweidrittelmehrheit im zwölfköpfigen Aufsichtsrat. Der VfL Wolfsburg treibt seine Personalplanung für die kommende Saison weiter voran. Ralf Rangnick bleibt zwar weiter der Wunschkandidat für den Trainerposten, doch laut Bild-Zeitung und dem Schweizer Blick haben die Niedersachsen Thorsten Fink als Plan B auf dem Schirm. Der Ex-Bayern-Profi trainiert derzeit den Schweizer Erstligisten FC Basel. Vom Interesse aus Wolfsburg weiß der 43-Jährige nach eigenen Angaben jedoch noch nichts. Neben Fink bringt die Schweizer Zeitung auch Ex-Stuttgart-Coach Christian Groß bei Wolfsburg ins Spiel. Die Dallas Mavericks haben in der NBA den siebten Sieg in Folge gefeiert. Die Texaner gewannen mit 101 zu 93 bei den Philadelphia 76ers. Jason Terry war mit 30 Punkten der überragende Mann auf dem Parkett. Teamkollege Dirk Nowitzki steuerte 22 Zähler zum Sieg bei. Einziger Wermutstropfen für das Team von Rick Carlyle war die Verletzung von Center Tyson Chandler, der das Spiel wegen eines verstauchten Knöchels vorzeitig beenden musste. San Antonio hat derweil ohne den verletzten Spielmacher Tony Parker bei den Memphis Grizzlies Federn gelassen. Trotz der 93 zu 109 Niederlage bleiben die Spurs mit einer Bilanz von 49 zu 11 Siegen das beste Team der NBA.